Morgen ist es soweit, das Saar Derby. Ich bin aufgeregt. Mal gucken, ob ich überhaupt schlafen kann. Aber ich lass mich einfach überraschen, wie es wird. Und ja, seid gespannt, lasst noch einen Daumen nach oben da. Und smash den Abo-Button. Dann würde ich sagen, wir sehen uns morgen wieder. Alexa, Licht aus. Bis morgen. Der nächste Morgen ist angebrochen. Heute das Saar Derby. Ich bin überaufgeregt. Ich hab, ja, so Säbi geschlafen. Und morgen spielen meine Wölfe gegen Bayern sehr geringe Chancen zu gewinnen. Auf jeden Fall. Aber jetzt mach ich erstmal meine Haare. Wir sehen uns. So, Haare sind auf jeden Fall gemacht. Ostburg-Stecker ist natürlich auch am Start. Und ich würde sagen, wir sehen uns in Saarbrücken. Bleibt dran. Ein Kurs geht raus an Lukas Schnellbacher. Macht das Ding. Angekommen in Saarbrücken. Jetzt geht es erstmal ins Stadion. Je weiß Bescheid. In der Rückrunde hatten wir 1 zu 2 Daim verloren gehabt. Und bin gespannt, wie es heute wird. Ich hoffe natürlich auf ein Sieb. Und ja, sehen wir dann. Ich hoffe natürlich auf ein faires Spiel. Wir gucken auf jeden Fall, wie es wird. Das hätte nichts sein müssen. Es geht nicht nur um die drei Punkte. Es geht auch darum, wer die Nummer 1 im Saarland ist. Wer ist hyperaktiv. Ich bin angekommen. Da hinten sitzen schon ein paar Leute. Jetzt werde ich sagen, hau breit. In einer Stunde beginnt da schon das Spiel. So, geht's jetzt. Mal halt Borschtkletter. Oh, ich hab keinen Bock mich anzustehen. Ich war's anders. Problem, gelöst. Das ist meine Schwesterne. Das ist nicht Borscht. Ich bin kein C1. Was ist das? Aber stell, ich muss mich bein. Ich war ganz falsch. Ich muss zu den Gästen. Hä? Ich darf doch Sitzplatzkarten. Der hat C1 gefunden. Aber... Ah! Da hinten steht C1. Ich bin so... erleichtert. Ich bin fast das komplette Stadion gegangen. Ich zeig jetzt nicht. Ich zeig jetzt nicht. Ich zeig jetzt nicht. Was ist denn das Winter? Da ist Christoph. Wo ist Schnelli? Ich zeig jetzt nicht. Aber das ist der erste Mal. Das ist der zweite Mal. Das ist die ganze Zeit. Ich hab's geschafft. Einfallen lassen sich hier alle, seit Teil einer riesigen Mikrobiografie, nachher dann einladen, wie es genau funktioniert. Musik 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 Das ist schwarz-weiß! Locked! 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 Ohhhh! Locked! 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 Elf! Miko! Ja! Vier an den! 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 Mach das Ding! Wenn wir den Ding! Lein! Nein! 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 Der hält den noch. Also bessere Chance hat Elbersberg. Aber da steht vergeigene Elfmeter. Ich würde sagen, es ist ein ausgeglichenes Spiel. Jetzt sticks dich! Es war in! 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 Der ist doch im zweiten. Nicht des Tor. haben wir unsere Arbeiter erkennt. Trotz geht's. Der Heimt hat mich voll fast. Die Schöre. Der ist voll. Hey! 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 Das ist gut. Lockdown! Die Schöre. Die Schöre! Die Schöre! Die Schöre! Die Schöre! Schleif zu neu! Auf Wiesball. Schleif zu neu! Spitzeneiter! 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 So bitte, so bitte. Es fehlt doch für uns. Die Anzeige hat der Stellbacher schon gelohnt. Zwei Dinge hat er gemacht. Er hat sein Versprechen eingelöst. Ich habe Glück gebracht. Wir führen 3 zu 0. Zwei Tore vom Stellbacher. Bisher bin ich von der Puzz entfeucht. Ich dachte mehr erwartet. Viel mehr erwartet. Das ist ein Ausbildes Spieles. Aber dass ich so gut hinter die Räder komme, ehrlich gesagt. Das ist ein Ausbildes Spiel. Letzte Woche hat die Anzeige schon 1 zu 0 verloren. Also 2 zu 0 verloren gegen den Pferd. Also dann haben sie zweimal hintereinander verloren. Lieb ist der Brücker. Es ist sehr enttäuscht. Er hat eigentlich mehr erwartet. Also geht es nicht. Ich bin überrascht. Überrascht? Erstens mal sagt man, schlecht spielt. Zweitens mal, weil unsere Fans alles geben. Das Beste für das Team geben. Und du könntest immer laufen. Und durch den Räder noch nicht oben... Oh, wir müssen aufpassen. Olle, Olle. Seit 19 07. Es war E. Olle, Olle. Aufpassen wie man aufhör. Es sind doch gute 9 Minuten zu spielen. Und das Leben ist durch. Das Leben ist durch. Das Leben ist durch. Das ist ein Wettbewerb. Wir haben einen Wettbewerb. Wir haben einen Wettbewerb. Der Wettbewerb ist auf die Geburt. Jaaaaaaaah! Jaaaaaaaah! Echt ja das Köln! Jaaaah! Holy shit, was ist hier los? Jaaa! Echt aber! Oh Gott! Echt aber Kofi! 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 Ohhhh! Jaaaah! Jaaa! Der Wettbewerb! Der Wettbewerb! Der Wettbewerb! Der Wettbewerb! Der Wettbewerb! Der Wettbewerb! Er665-2- train cidade! Die Nexzer чтобы твоi das mit 4 zu 0 auf den Leicester. Spitzleiter! 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 Ach so viele Saut! Wie hat's so doll? Aber ganz ehrlich, ich hätte es oft nicht gedacht. Ich hab mich mit dem, ich bin unterhalten. Ein mega korrekter Typ. Wir haben ein Foto gemacht und auf jeden Fall. Das war's mit dem Stadionvlog. Ich hoffe ihr habt, jetzt hat euch, ich kann gar nicht mehr reden, gefallen. Lass einen Daumen nach oben bei uns nicht den Abo-Button. Einfach mal 4 zu 0 gegen Saarbrücken gewonnen. Zweimal hat Luca getroffen. So scheint die Nachricht Glück gebracht zu haben. Also, wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht es gut. Da gegen... Da gegen... Da... Ich kann nicht mehr reden. Auf jeden Fall in zwei Wochen gegen Dynamo Dresden. Das wird auch ein kranker Stadionvlog. Und ja, wir sehen uns. Das war's!